stirb okay intelligenter gemacht deutlich intelligenter okay geschafft in Seelenruhe weiter gehen jetzt gleich kommen noch nicht weiter Viecher weil das große Vieh weiß ich echt nicht wie ich das platt machen soll ich trau grad hier kein Vieh mehr mhm scheint ne Art Fahrstuhl zu sein ach komm ihr raubt mir das Leben ne ist nicht da anfangen ok bist nicht schnell genug na ich will nicht aussteigen muss direkt schnell aussteigen ach rechts oh boah ist das schwer zu erkennen dass rechts nur ne Leiste ist dafür dass die aufgeladen ist ist das schwer zu erkennen ne so mal gucken was trägt mir das hier da steht nur auf die Viecher da sind nur solche Viecher ne hier komm ich noch nicht durch um ob wir später durchkommen fuck you fuck you fuck you wo sind die Viecher vorbei Oh, rein Gehen noch hinter mir Nein, okay Okay, 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 okay Okay Oh, du Scheißvieh Okay Mal wieder gucken Geh nix Alter Das Drecksvieh So ein richtiger Troll-Move war das, ne? So, hier wäre ich wahrscheinlich noch nix machen können Ich denke mal, ich muss mir irgendwas erstmal wieder hier hinladen Ja, es sieht aus aus, als ob ich mir da einen Aufzug mitnehmen muss Trinkt mir also hier gerade noch nix Warte mal, kann ich Aber glaube ich von der Seite hier, ne? Vielleicht eh aufhören Meine Tochter kommt gleich auch von der Schule Muss ja nicht sein, dass ich hier solche Spiele spiele Man muss sie nicht sehen Das ist nicht gut Fakt doch zu Hundert sind doch mit Okay, wir fahren erstmal wieder runter Ich glaube, ich muss erstmal nach unten Unten irgendwas machen Unten irgendwas Äh, jetzt muss ich mich überlegen Hier kann ich nix machen, ne? Oh doch, ich komme hier runter Das sieht auch nicht gesund aus Da habe ich ja alle vier Oder auch nicht Mir fehlen zwei Ich bin vier bekommen Jetzt kriege ich nur zwei Okay, wir gehen jetzt nochmal auf die andere Seite rüber Hier ist ja auch nix zum Aufnehmen Hier ist nix zum Aufnehmen Hier kam ich, ne? Von der Stelle kam ich Und hier haben wir noch ein riesiges Konstrukt Was wir noch nicht erkundet haben Oh Dachte ich zumindest ein riesiges Konstrukt So kleiner als ich dachte Okay Würde da aufgesetzt werden Dann würde das mit dem Haken genommen werden Von drüben nach rechts gefahren werden Ich muss Da irgendwie was hinkriegen Von hier Ne, von hier Dann wird hier was aufgenommen Wird da rüber gefahren Muss ich da irgendwas machen Auch mal nach da unten Also ich denke mal Hier fängt das Ganze nämlich an Dass ich da gleich irgendwas hoch Dass ich da irgendwas kriege Lauf immer weiter und weiter und weiter und weiter Und ich habe keine Ahnung wohin Hier geht es auch nicht weiter Das heißt, diese Stelle ist das Einzige, wo ich was machen kann Okay Habe ich schon mal Nix da Nix da Schau weg Er traut einfach so ein scheiß Vieh auf Oh Kriege ich jetzt die letzten zwei Oh, kriege ich jetzt nur eins Okay Es ist vollständig Werde auch nicht verfolgt Das ist schon mal gut Ach komm Ach komm Da ist ein großer Auch ein Weg Ach ja, okay Kann man auch machen Einmal rumlaufen Haben sie wahrscheinlich bewusst so Ach komm Ach komm Lass mich durch Nee, ich muss jetzt die ganze Scheiße nochmal machen Wie stehe ich denn hier gerade Keine Ahnung Ach, hier bin ich Okay 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 Musst du nochmal mal ganz kurz Achso, du warst schon da auf Toilette Okay Okay Also ich mache jetzt noch bis 12 Uhr Weil dann kommt ja meine Tochter von der Schule Und wie gesagt Ich lasse die Garantie nicht so ein Spiel sehen Das ist einfach zu eklig Einfach zu eklig Jetzt kommt das Vieh, ne Ja Einmal umlaufen Dann kommen wir jetzt gleich hin zum zweiten Vieh Auf einmal die Kügelchen hier mit Mini-Klitorisse Wie wir getauft haben So Muss man gleich halt gucken Wie kommen wir An dem einen vorbei Den muss ich glaube ich ganz zurücklaufen Okay Jetzt kann ich hier kommen, ne Nein Ich hänge nicht fest Oh Ich hänge jetzt neben dem Vieh fest Oh Ja, das Vieh spuckt auch noch Ach, komm Wie ist denn das Wo ich ja ganz viel wieder von vorne machen, ne Oh Gut, es ist jetzt nicht weit, ne Aber Nervig ist es Ey, wie soll ich das Okay, ich muss ja jetzt nicht in den Gang gleich rein Ich kann, wenn ich richtig schnell bin, einfach alles umlaufen Wenn man weiß, wo alles ist, ne Kurz warten, bis das Vieh hier angetanzt ist Einmal hier mit um dem rumlaufen Und zwar jetzt Okay, tschüss Boah, ist das eine arsige Stelle Ich habe auch nicht viel Leben Ich kann drei Ein, zwei Treffer einstecken Und dann ist es vorbei Mehr halte ich nicht aus Weil mir hier dieses Vieh, was ich ja auf dem Rücken habe Alles an Leben raubt Und den laufen wir jetzt vorbei Müssen wir nicht bekämpfen Da ist er Du Arschgeil Laufen, 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 laufen Nein, ich hänge fest Ich hänge fest Fuck 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 Jetzt kommen wieder bestimmt Viecher, ne Jetzt würde mich so hart nicht wundern, ne Oh ja, da kommt's Ach, komm, hör auf Also wenn ich jetzt wieder ganz von vorne anfangen muss, ne Äh, dann höre ich auf Dann höre ich an der Stelle schon direkt auf Weil es Ja, ich muss hier noch ein paar fahren Okay Ich habe keine Ahnung, wie man die Viecher nämlich am effektivsten besiegen kann, ne Weil Macht mich kalt Ich probiere es jetzt gar nicht einfach mal Ob ich halt viel gleich Platz kriege Aber Ich glaube mit dem wenig Leben, was ich habe No chance Ich bin einfach zu Extrem die Viecher Keine Ahnung Die halten viel zu viel aus Keine Ahnung Okay Ja gut Machen wir jetzt an der Stelle Feierabend Ähm Ich werde jetzt mal Ich werde mal offline gucken, wie ich da an der Stelle vorbeikomme Ähm Wenn ich durch bin Ähm Mal gucken, ne Ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen Äh Ob ich heute Abend streamen werde, weiß ich das noch nicht Mal gucken Ich werde mal wissen, wie auf Skill.ts eigentlich gehen, ne Bis dahin Morgen auf jeden Fall Morgen auf jeden Fall Bis dahin Haut rein Und Und Bis dahin Bis dahin Bis dahin Bis dahin